Ja, ich bin Wenke Sperrwislage, 27 Jahre alt jetzt und komme aus Oldenburg. Ich wollte einfach meinen Körper verändern, ich habe mir selber nicht mehr gefallen und ja, da habe ich mich einfach informiert, was am besten hilft und das ist eigentlich ganz klar das Krafttraining und deshalb bin ich damit angefangen. Also ich schließe es jetzt mal aus den Nachrichten, die ich bekomme, dass ich viel motiviere, ins Training zu gehen, ins Gym zu gehen. Vielleicht auch, wenn man gerade mal keine Lust dazu hat und weil ich auch über Themen spreche, die nicht gerade immer Friede, Freude, Eierkuchen sind, sondern auch Krankheiten zum Beispiel sowas. Glücklich sein. Einfach nur glücklich sein. Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Ich möchte unbedingt nochmal in die USA, da ist mir eigentlich egal wohin, mir gefällt da alles. So was ich so vor Ausbildern, Filmen kenne, da möchte ich irgendwo unbedingt nochmal hin. Ganz klar Sepp. Sepp weiß gefühlt alles und von daher, ich würde, wenn es um die Million geht, würde ich dann den Sepp anrufen. Nachschnittchen, schon belegt. Wahrscheinlich für einen Notfall in der Familie, wenn es irgendeinem von meinen Freunden schlecht geht oder so, wenn wirklich ich gebraucht werde, dann würde ich sofort aufstehen natürlich. Wahrscheinlich für gar nichts. Also so richtig überziehen, wahrscheinlich für gar nichts, weil dafür bin ich einfach viel zu ängstlich und sparsam. Mein Nachnamen. Spermislage. 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 Vielen Dank.